schönen guten morgen genau um kurz vor zwölf kurz nach zwölf viertel nach zwölf leider etwas später heute wieder geworden ausreden wir haben so lange in der beiwache gebraucht wir haben uns schwupps karri geholt das ist eine längere geschichte die erzähle ich im live stream leider ist es radl noch undicht also da muss ich noch mal hin muss das rad zurückgeben aber heute neuer tag neues glück richtig ich werde jetzt gleich aufs dach hochsteigen und das zeug runterreißen also ich lege da jetzt volles programm los was manu macht keine ahnung was sie geplant hat auf alle fälle hat sie schon mal gerade als allererstes ein tisch raus und den grill drauf gestellt ja ich könnte mir ja vorstellen dass sie irgendwann dann schreitig soll ich vielleicht vom dach runter kommen und zum essen kommen das sehen wir dann ich lasse die cam hier liegen vielleicht filmt sie uns ja ein bisschen mit ich gehe aber nicht mit aufs dach nein 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 ich muss mich ja ein bisschen hier unten noch ein bisschen festhalten ich hoffe ich hoffe dass das dach das aushält ja also wie gesagt ich lasse die cam hier ich hoffe dass manu hier ein bisschen mit film vielleicht mal zu mir aufs dach hoch filmt und let's go lasse die spiele heute beginnen auf jeden fall ja ich will das dach heute fertig kriegen hoffe ich muss muss wir müssen ja weil wenn alles klappt und du lust hast könnte man morgen fahren und die leber google holen deswegen haben wir das ja geplant genau eigentlich attacke leute wir labern jetzt nicht lang wir legen los so leute jetzt bin ich hier heroben die alte sattschüssel mache ich auch und da brauche ich kein mensch also wenn ich hier draußen bin brauche ich bestimmt kein satellitenfernsehen ihr seht es selber überall sind hier schon löcher reingerissen da hier und genau deswegen mache ich jetzt das dach neu und hoffe dass anschließend wirklich hundertprozentig dicht ist genau also spax raus schrauben raus in kübeln und danach dann die neuen platten auflegen ausrichten festspaxen habe ich das schee gesagt und die luft da unten besser als da oben ja aber wirkt es schon dass ich auf die leiter hoch bin vom wetter her wie wirkt es jetzt heißt doch immer wenn die aufsteigen wird das wetter schön also ich gebe dir jetzt die cam runter macht dabei was du möchtest was du denkst ja und ich lege hier los ich tobe mich hier unten aus genau so mein schatzi ist oben jetzt auf dem dach und ich mache in der zeit bis wir zu essen heute gibt es zirapche cheese mit krautsalat normale semmel und tzatziki ja das mache ich jetzt in dieser zeit ja und dann geht es weiter beim essen schräubchen erfolgreich entfernt man muss noch am grill anfeuern das solarpanel da oben leute das ist bloß drauf gelegt es sind zwar zwei querschreben aus stahl unten drunter das ein bisschen schwerer ist aber es ist nur drauf gelegt naja mit der solaranlage habe ich noch was großes vor aber das erst nächstes jahr es wird zwar jetzt schon dann in den live streams am wochenende vielleicht drüber geredet aber dann müsst ihr live streams gucken wenn ihr da was mitkriegen wollt bevor es soweit ist ja ich mache jetzt erst einmal eine schlürf und trinkpause erwartet bis manu was leckeres zum essen gemacht hat ja ja ich habe nämlich hier ein päckchen schwarze zu gefunden gesehen auch geil ja aber wie gesagt ich hoffe dass ihr da was dazu filmt ansonsten gibt los das essen ja und sehr schön geil ich sehe hier jetzt nicht auf der cam trinkpause wieder auf aufs dach und erst mal die platten runter schmeißen ich denke mal da macht die manu vielleicht dann auch ein kleines filmerchen dazu warst du doch schon wieder was mache ich denn schon wieder ich mache ein bisschen knoblauch granulat da rein deswegen sind die knutschis immer so knoblauchlastig ja ich habe jetzt keinen frischen knoblauch mit noch nicht haben wir das da richtig kommt doch alles aber leute ihr seht es wird schon etwas aufwendiger hier dank meinem englchen hier leute hier manus grillchen und erzählt mir so nebenbei wie sie sich so eine grillecke wünschen würde ich habe da dran und sagt zuerst da haben wir nicht genug platz etc pp und so weiter und so fort tja und dann bin ich einfach aufgestanden und habe gesagt so und so wird es gemacht also das kriegt man hin den wunscher für licht hier ich habe jetzt glaube ich habe jetzt aber glaube ich nicht gesagt was nein das leute da lasst euch dann überraschen wenn ich da grillplatz zum bauen anfangen aber bevor der soweit ist es ist auch der grund warum eine schwuppskarri heute gekauft haben ich werde erstmal hier die wiese den boden abtragen also komplett auf dem kompletten bisschen gelände hier und auf ein gerades niveau bringen weil das mit dem rasenmäher allein hier die hier hinter gut hier entlang am zaun kommen ja eh noch ein paar hochbeete aber der ganze rest ich will das auf einem niveau haben und wer da ein bisschen gartenarbeit macht oder so der weiß dass es viel erdbewegung ist und der wird mir zustimmen und sagen gut dass ihr eine schwuppskarri gekauft hat ja und warum gesagt sage schwuppskarri weil es mit sicherheit noch drauf stehen wird genauso wie auf meiner langen wasserlatte ja leute das ist eine wasserlatte steht auch drauf ja die kleinen späße müssen sein so leute manu wird sich wahrscheinlich schön wieder semmelchen zusammenbauen ich werde mein teilchen so essen mit schön die wapchi cheese die sind übrigens sehr lecker die kenne ich ja schon vom lidl die fertigen tja hilft nichts schnell muss es gehen ziki zacki 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 dazu bisschen was von dem krautsalat ein semmelchen und ab in hals spatzel darf ich dir die kamera geben schön heiß zuerst einmal hast du perfekt gegrillt wunderbar und leute also mir schmecken die teile auch wenn es wieder fertig produkt ist wirklich gut hier wird fleißig das dach abgedeckt und auf einmal wieder kreuz und quer katastrophe aber film zu mir hoch ja das sache wird gemacht richtig juhu was machst du machst du guckst was ich mache ja ja das sind sowieso viel zu viel schrauben was ich dann ja pro platte aber das ist mir wurscht weil das so ein dünnes blech ist ich habe keinen bock dass ich das irgendwie welt oder sonst irgendwas da habe ich lieber ein zwei platten mehr nach oben habe ich vorher eine bahn gelegt um das halbwegs zu gucken hier nach drüben habe ich was gelegt gehabt ja und jetzt verspacken wir ganz einfach genau leute ich sag's euch die hitze heute zuerst bis die ganze zeit ist relativ kühl und an so hitze ja nur oben auf dem dach ist mehr egal ich mache gerade wieder ein kurzes päuschen und dann spack sich oben weiter also ich weiß nicht irgendwie ach du gibst mir noch was zum trinken was kaltes ich weiß nicht was ich heute schon alles weggesoffen habe ich weiß ich habe da oben wahrscheinlich viel zu viele millionen spacks reingejagt in das dach aber das ist mir wurscht teilweise hängen die auch in der luft aber die dichtscheiben und durchs blech durch ja bleibt trotzdem dicht gott sei dank die haben einfach nicht unten drin gegriffen deswegen sind teilweise auch ein bisschen mehr ich krieg da irgendwie kein gescheites muster in die schrauberei aber ich zeige euch jetzt ganz kurz noch was ich bis jetzt gemacht habe und dann nachher werden wir das komplett fertig haben ja weil eine platte kann ich jetzt noch von oben schrauben dann schraube ich die nächste von unten und dann schraube ich die platte weiter von oben also die randplatte und dann bin ich bloß nach oben und dann muss ich über das andere dach aufs nächste dach drüber klettern müsst ihr jetzt nicht kapieren so leute das habe ich bis jetzt geschafft eben die randseite mal ganz nach oben also von außen da muss ich noch spack sei jagen irgendwie hier unten bin ich jetzt ein bisschen über der hälfte die platte mache jetzt noch von oben vielleicht die nächste auch noch weiß ich noch nicht und die letzte mache ich dann hier von der leiter und dann die andere hälfte von oben und ab dann muss ich ja übers andere dach eben drüber klettern so schaut im moment aus beziehungsweise nein da muss dann spatzel die leiter umstellen ja genau so mache ich das jetzt ja und schau dass ich fertig werde ja hilft nix hilft nix das dach will ich heute auf alle fälle noch fertig drauf haben ja der hänger ist mittlerweile auch wieder randvoll dank spatzel die hat nämlich drinnen in der hütte noch ein bisschen ausgemistet ja ja weil leute wir haben wirklich alles weg was man nicht unbedingt brauchen richtig und ja dann machen wir hier weiter eins nach dem anderen mache ich weiter mit dem dach bis nachher jetzt bin ich fix und alle leute aber das dach ist bis auf seitlich noch ein paar schrauben nein das muss ich aber von unten machen soweit fertig ja nicht das schönste also vom gerade sein aber ich denke mal für so ein relatives billig dach okay ich habe wirklich in jede reihe in jedem wust schrauben jagen müssen weil sonst hätte sich das dach in der zwischen den hoch gewölbt weil das ebenso dünnes zügig ist aber es ist drauf die ränder mache ich noch fertig so meine lieben das war es jetzt von hier heraus zwei sachen habe jetzt noch einmal die beleuchtung funktioniert weder noch also mache ich definitiven schalter nein weil dann kann man es nicht einfach einschalten richtig und dann funktioniert und dann kann man es wieder ausschalten ja und fertig so einfach mache ich das jetzt da drin das andere ist mein stromaggregat das gesäge ich bin ja mit ntg war nutzfahrzeuge wo ich das her hatte in verbindung gestanden dieses jahr verkaufen whatsapp video geschickt soll ich wieder einschicken ich habe schon returschein daheim muss ich bloß wieder öl und benzin raus und dann wird das ding erst einmal zurück geschickt und ja dann hoffe ich dass ich ja gescheit ein neues krieg oder dass es in ordnung gebracht wird ist ja eigentlich neu während ich am dach oben war hat mein spatz hier ja gegrillt gehabt wirklich alles selber gemacht hinterher hier alles wieder aufgeräumt da drinnen noch ausgemistet ich bin stolz auf dich ich bin wirklich ich bin wirklich stolz auf mein spatzel das hätten jetzt viele gemacht so brutal geil ja leute ich bin so happy und im nächsten video da wird hier die weberkugel wieder einzug also lasst euch oder seid gespannt aufs freitags video also da werden wir wahrscheinlich bloß ein kleines grillerchen hier machen weil es dann auch schon etwas spät ist wenn wir hier ankommen und ja genau aber das dach ist fertig ich bin so high froh ich bin so froh leute also tschauikowski wir fahren jetzt nach hause in leden schaffen wir es eh nimmer jetzt haben wir es schon halb achte und bei uns machen ja die läden um achte schon zu egal machen morgen früh tschau tschüss